Servus zu einem weiteren kleinen Blog aus meinem Lieben und ja, ich würde sagen, es gibt Luft und zwar mit dem ersten Programm, nämlich wird heute ein Computer für mich besucht. Ich werde mit meinem Vater zusammen losfahren zur SCS, aber nicht direkt zur SCS, sondern eben an zu einem Geschäft. Also ich würde sagen, wir werden es dann dort. So, wir sind jetzt reingekommen und jetzt wird erstmal der Knopfdruck geschaut. So, wir sind jetzt fertig mit dem Einkaufen, was wir eigentlich gekauft haben, zeige ich dir noch. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und ja, wir waren einfach. Also, mein Vater, ich und meine Schwester auch. Ja, meine Schwester hat sich ein neues Computerspiel gekauft und ich habe ein paar andere Sachen gekauft, die ich brauche. Wofür, das werde ich in einem anderen Video noch sagen. Für dieses Ereignis habe ich auch diese Kamera hier gekauft, also es wird auf jeden Fall noch ein Video dazu kommen, wo ich euch dann alles andere noch erkläre. Gut, dann würde ich aber euch erstmal das zeigen, was ich hier eingekauft habe. Und zwar habe ich eigentlich, wir beginnen mal klein. Wir haben, ich habe einmal ein USB-Stick gekauft, genau. Dann habe ich einmal eine Mi2 USB, das ist für mein Handy, aber ich brauche etwas mehr Speicherplatz. Und ja, dann habe ich eine externe Speicherkarte mir gekauft. Mit einem Terabyte, auf jeden Fall eine Terabyte. Dann eine Spügel für einen Laptop und ihr wisst wahrscheinlich auch schon, was jetzt hier drin ist, nämlich ein Laptop. Ja, das haben wir auf jeden Fall eingekauft jetzt. Und wofür und was genau da drin ist, das wird auf jeden Fall in einem anderen, werde ich in einem anderen Video dann nochmal explizit erklären. Und ja. So, und als erster Arbeitspunkt ist aufräumen dran. Let's go. Ja. kin Ja. 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 - So, nachdem jetzt einiges aufgeräumt wurde, wie wir hier sehen, da drin auch noch, können und jetzt eigentlich schon dem nächsten zuwenden. Also, jetzt werde ich noch kurz den Rucksack hier verstauen und jetzt lasst es heute schon. Und dann, ja, was machen wir dann? Dann werde ich wahrscheinlich die Donalds hier noch ordnen, eine Ordnung hier zu meinen Donalds und ja, dann wird es wahrscheinlich auch schon Essendieb. Ja, Mittag, let's go. So, nach einem gestärkten Mittagessen jetzt. Jetzt geht es nun weiter. Und zwar mit dem nächsten Programmpunkt von mir, nämlich mit dem folgenden Video von gestern. So, das Video ist beim Rennen und ja, jetzt werde ich mal mich ein bisschen entspannen und mit dem Neuron-Bedats. So, jetzt nachdem wir noch ein bisschen gelernt. So, das war's jetzt auch schon mit diesem kleinen Einblick in meinen Tag. Und ja, war sicherlich kein Tag wie jeder andere, aber ein recht entspannter Ferientag. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das mit einer positiven Bewertung. Abonnieren, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt wie dieses. Und ja, ich würde sagen, gute Nacht und wir sehen uns beim anderen Video. Bis zum nächsten Mal. Servus.